mein name ist der neue b und mein Name ist Mario Master und wir begrüßen euch zurück zu Leitze von Yoshi's Crafted World ja letztes Level im Außenorbit Tumtum auf der Ruhmstation stationen das macht ja so weit haben der voll schön das ist voll abgespacet geld beweg dich weil wir beide kanal bekommen neue staaten gestorben alarm ich weiß es nicht unten irgendwie war das über dem hintergrund passiert da hast du wie alter zum schlack bei direkt bereit der vor durch der nächste als theoretisch kommt bestimmt ja ich habe ich schon aufschließt man hat geflogen kommt oder planet ich habe schon jetzt alle zerstören könnte und jegliche zivilisation auf dem planeten ja da muss ich mal darum ich kann die raumstütze überhaupt noch so lange stand halten weil normalerweise wenn ein solcher was der wieder mit kommt ist wow das ist ein klopfen hier oben wir haben ihr baby und she can read zurück wenn wir sie haben noch viel falsch ich habe schon gesagt also irgendwie so luftschöpfleger dabei kommt nicht wieder ich glaube ich war nur da haben sie noch zu werfen wenn du dich da mal nicht Oh My god, oh my god Wir sollten da weggehen Ja, ich treffe wirklich hoch Weiß nicht Ja, so ein Schiff Nein, wir müssen irgendwie dahinten hin Ja, ich bitte Oder vielleicht Müssen wir da ja gar nicht hin Ja, oder die Die schieben uns gleich wieder zurück Ich sagte, die schieben uns jetzt gleich zurück Danke Endlich weiter Genau Ich meine Was war, was ich nicht Versucht hier Ununterbrochen umzubringen Ich meine Nur Tempo Oh my god 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 Wow 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 Ich muss da weggehen Oh my god Oh Jetzt kann ich Oh m Oh Okay Oh Oh my god Oh Oh voller erzten mit kopf dadurch wir haben alle Münzen aber wir haben alle Münzen wir haben alle Münzen wie wirklich besser gesagt dass du das sagst aber jetzt sind wir an ist das Leben jetzt für mich zu Ende ja was ist wenn ich jetzt wieder Geld ausgeben... 250 sich ja mann das ist scheiße die drei münzen sind die drei gold 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 nur falsches gold das haben wir hier behalten das ist ein stern deswegen ist er weltraum versteht ihr ja alles hat stern ist es weltraum was habt ihr denn gedacht habt ihr wirklich was anderes gedacht schämen wir euch aber weiter so froh wo sinds tal haben wir sehen ob so viele haben wir gerade noch gerade eben wenn er jetzt aber noch eine haben will dann damit knapp herzlichen kommt aber die sorge mit so einem katzen grinsen ganz erforscht alles mit dem los war mal ein wunderschöner prinz küssen wir machen wir den flussfreude und das nächste was ich da sehe diese riesen fische die uns in woody wird immer aufgefressen haben ja ja ich ahne schlimmes bei dem flussfreude es sind keine freundes mit ein absoluter albtraum ich war eigentlich die münzen abtreffen die münzen abgeworfen ich vergesse dass ich nicht schwimmen kann ich habe wasser schon gefühlt mann bin ich gut da hat sie nicht gefallen ja das ist irgendwie blöd das tragt mich ich bin dann durch die sichere ich habe mich aufgefressen ja ich habe das geschenk okay nein dieser blöde ich kann aus dem wasser aus irgendwie das hier ist sterben ist die technische sterben funktioniert so jetzt habe ich wieder zum herzen für lange noch mal die das ist ein großer feind ist auch blau der kam auf uns zu er kam mit aggressionen und vorteilen auf uns schenkt wasser wie bin ich noch leben keine ahnung nein deswegen glaube ich die beine und da kann man zurück dein leben ist wichtiger als meins dass man sich jetzt musst du mir schon alles frisst das ding gesehen ich nicht damit rechnet wein auf kopf noch wie können wir nur ja das ding da werden wir mal der kommt von links aber den letzten drei was da irgendwo eine blume sein warum vielleicht noch ein level flussfreuden das stimmen überhaupt nicht warten keine freude ja wir haben nicht vor freude beschrieben wir haben vor angst geschrieben angst und verderben angst und terror verzweifeln flip-flop die vögel schon wieder diese nein nicht die kleine weißen für also diese kleinen weißen für ich da jetzt diese diese vögel mehr mit den stacheln die da auch wie ganz verpasst ja diesen boss kampf gegen eine optische version gemacht ja werde uns retten oder unseren stürzen ja alter schenkt ja gut guck mal werde ich in den hinteren gehalten das war schnell meine zweitwert spiel einfach ja also so lange kommen sie immer ja das heißt abgrund das ist ja alles optische version und schon wieder mal gehen einschalten optische version ja da ist man dann abkommt sie so wohl anzug ist macht überhaupt keinen sinn das war passiert wo in 3d world glaube ich war also im zug hinterher laufen mussten stimme ich erinnere mich habe ich gedacht ab und aber da war eine möglichkeit nur ein zug ja jetzt weiß ich wieder machen wir uns wehtun wenn wir unser reich eingetreten sein unser territorium eingebrochen und mit dem auch nicht unser territorium einbrechen aber so ein drück also wenn man ja los kann es noch nicht machen mit mir sieht nur so aus dass ich die aggressiv werfen die als karriere als gärtner er kann man sich um ihre blumen sehr abgrund weiß ich glaube ja weiß ich nein jetzt noch weiter da geht es weiter wir müssen uns hier umgucken ich traue dem ganzen nicht nach dem einen mit diesen jahren fischern jahr der stadt ließ und was nicht wie die hießen keine ahnung mir egal man könnte die glatten meinen zu zweit ist leichter jetzt mal von mir aus seien richtig und da sind bestimmt noch drei rote minzen ich habe es gewusst und nicht so überstürzt darunter springen das hat so eine notwendige wirkung und ein dieses block ich weiß wir haben alles jetzt hat für geräusche und dann war eigentlich nicht mehr schafft für jede seite wir noch im ziel haben ich glaube ich bin ja wir brauchen wir brauchen ich hatte geld ich hatte geld wo auch wir haben es geschafft gut gemacht sache ja wenn ich wieder dann wurde abgeschossen drei noch ein level also bekommt was zum ende ich glaube danach kommt noch eine geile sache dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt joshis kochen wird bis dann und und